Mahlzeit. Heute kommen wir zu Türchen Nummer 6. Da haben wir es. Oh. Red Santa. Schärfe Stufe 2. Und was haben wir hier drin? Chipotle Chili. Okay. Red Santa. Oh ja. Heute mal. So. So. Dann sage ich mal Red Santa, guten Appetit Schön scharf, entwickelt sich, Chipotle, man schmeckt sofort, dass es Chipotle ist. Ja, sowas, scheiße. Schmeckt so ein bisschen wie nach scharfer Barbecue-Soße, so ein bisschen. Ja? Ja, schön, die Chipotle, muss ich sagen, super, lecker, ja, das war die, die Red Santa, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.